Hi Leute, herzlich willkommen auf dem GSP Airsoft YouTube Kanal. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns die brandneue Beretta APX Gas Blowback Pistole aus dem Hause KWA an. Eine Airsoft Pistole, die eigentlich keiner so richtig auf dem Schirm hatte und die auf der IWA diesen Jahres schon ein bisschen für Überraschung gesorgt hat. Ich finde es persönlich cool, was diese Pistole so alles drauf hat, das klären wir in diesem Video. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß damit. Starten wir zunächst erstmal mit dem Lieferumfang. Was bekommt ihr, wenn ihr euch die Pistole kauft? Neben der Pistole selbst und natürlich einem Gasmagazin bekommt ihr, ihr seht es auch schon, eine RMR Ready Pistole und bekommt dann noch ein bisschen was an Zubehör. In diesen kleinen Tütchen sind nämlich insgesamt drei Abdeckplatten enthalten. Die sind für unterschiedliche Optiken, je nachdem was ihr halt benötigt. Und hier die ist natürlich auch noch mit enthalten. Ich habe ja jetzt schon eine Optik drauf. Kompatibel ist das Ganze zu C-More. Moment, lass mich kurz lügen. Ich will gucken gleich nochmal in die Anleitung. Aber es gibt auf jeden Fall drei unterschiedliche Platten, die für drei unterschiedliche Optikhersteller kompatibel sind. Hier ist jetzt natürlich noch einmal die Originalplatte mit dabei. Und ihr bekommt noch zwei zusätzliche Schrauben mit dazu. Ja, dann bekommt ihr in der Box nochmal dieses kleine Pflegeheftchen. Das kennt ihr ja schon. Das ist eigentlich bei allen GBBs und AEGs mit dabei von Umarex. Und dann gibt es auch so eine Bedienungsanleitung. Und hier steht auch drin, für was die Platten sind. Platte 1 ist für Dr. Sites oder Dr. Footprints. Platte 2 ist für Tragicun Footprints. Und die letzte Platte ist für C-More Footprints. Je nachdem, was für eine Optik ihr halt habt, müsst ihr vorher entsprechend schauen, welche Adapterplatte ihr da braucht. Bei der Vortex-Optik, die ich jetzt hier drauf habe, das Venom, ist es die Dr. Platte, die das Ganze kompatibel macht. Okay, soviel erstmal dazu. Es sind auf jeden Fall drei Platten im Lieferumfang enthalten. Ja, dann sprechen wir schon direkt über die Pistole selbst. Was kann sie denn ab Werk? Was macht sie so besonders? Zunächst einmal fangen wir vorhin bei der Mündung an. Wir haben hier ein 11mm innenliegendes Gewinde, wo ihr Tracer und Schalldämpfer ohne Probleme anschrauben könnt, wenn ihr das denn wollt. Finde ich persönlich sehr gut. Auf der Messe bzw. auf dem Vorschaubild am Ball hier allerdings noch Felder und Züge so ein bisschen angedeutet. Die Sammler unter euch werden sicherlich das Gewinde nicht so schön finden und lieber die Felder und Züge bevorzugen. Gibt es allerdings leider nicht. Der Slide ist aus Metall gefertigt, verfügt über sehr schöne Beretta-Logos auf der linken Seite. Sieht wirklich qualitativ gut aus. Und wir haben hier Front Serrations und Rear Serrations. Also wir können wirklich die Pistole einwandfrei auch durchladen. Das ist wirklich spitzmäßig. Dann unsere RMR-Plate bzw. unsere RMR-kompatible Platte, je nachdem was ihr halt euch montiert. Kimme und Korn sind auch mit drauf und die können wir auch einstellen. Das Korn lässt sich in der Seite einstellen, die Kimme ist fix. Also die könnt ihr jetzt nicht wirklich in der Höhe einstellen. Genau. Es ist eine Striker-Firepistole, das heißt der Hammer ist im System drin. Ähnlich wie zum Beispiel bei einer Glock, kennt man da ja auch. Dann kommen wir schon zum Lower Frame. Der Lower Frame verfügt einmal hier über eine Picatinny-Schiene. Da könnt ihr Zubehör anbringen, Lampen, Dummies, Kameras, was euch ist halt auch immer beliebt. Könnt ihr hier ohne Probleme anbringen. Dann sehen wir hier nochmal den APX-Schriftzug, der ist hier ebenfalls nochmal mit eingebracht worden. Und er rundet das Ganze ganz schick ab. Gehen wir weiter, haben wir hier den Zerlegehebel. Dazu müssen wir das Magazin einmal entfernen, den Verschluss hinten am besten arretieren. Dann können wir den Zerlegehebel von der anderen Seite eindrücken, nach unten drehen. Und dann können wir den Slide ganz easy abnehmen. Also das Zerlegen ist hier wirklich sehr, sehr simpel gestaltet. Ja, Zusammenbau, umgedrehte Reihenfolge, Slide wieder nach hinten, am besten arretieren, nach oben und reindrücken. Und euer Slide ist wieder, so wie er sein soll, fest. Dann haben wir hier unseren Verschlussfanghebel, gefertigt aus Stahl. Der ist beidseitig bedienbar. Also wenn ihr den auf der anderen Seite sucht, den findet ihr auch. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Dann haben wir hier, wenn wir ein Stückchen weiter runter den Griff gehen, unseren Magazinauswurf. Unser Magazinauswurf befindet sich ab Werk auf der linken Seite. Den kann man aber auch umbauen auf die rechte Seite. Und wenn ihr also Linksschütze seid, könnt ihr den ohne Probleme drehen. Und so wird die Pistole hundertprozentig beidseitig bedienbar. Das Griffstück selbst ist komplett aus Kunststoff gefertigt, beziehungsweise aus einem sehr wertigen Polymer. Das fühlt sich auch qualitativ wirklich top an. Hier kann man drücken, wie man will und sonst was. Hier passiert absolut nichts. Auf dem Griffstück selbst haben wir dann natürlich noch einmal unser Beretta-Logo drauf. Ja, der Griff an sich hat eine sehr angenehme Struktur. Sehr rau, würde ich ganz ehrlich sagen. Hält sich aber wirklich top in der Hand. Gibt es absolut nichts zu meckern. Von der Griffgröße etwa wie eine Glock 17. Das Magazin, wenn wir das unten einsetzen, schließt bündig natürlich ab. Und verlängert den Griff nochmal, um ein kleines Stück, also auch für große Hände, gut zu schießen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Magazin fällt frei aus der Waffe. Zu den restlichen Features kommen wir dann gleich noch. Ja, kommen wir noch zum Abzug. Der Abzug hat wie bei Glock zum Beispiel ein Abzugszünglein. Das dient hier als Sicherung. Eine externe mechanische Sicherung hat die Pistole nicht. Es gibt hier lediglich diese Abzugssicherung. Wenn wir die Pistole durchladen und in den Abzug reingehen, merken wir direkt eine Wall. Also sobald wir den Abzug so etwa einen halben Zentimeter nach hinten drücken, merken wir direkt eine Wall. Wir müssen dann etwas Kraft aufbringen, haben noch einen kleinen Weg und dann bricht der Abzug bzw. bricht das Ganze. Laden wir durch. Reset ist nicht vorhanden, nicht spürbar. Wir gehen nochmal in den Anschlag. Ja, hier merkt man absolut nichts. Könnte also ein bisschen besser sein meines Erachtens nach. Ja, jetzt kommen wir zu dem Magazin, denn das hat ein paar Features, was ich ziemlich cool finde. Zunächst einmal, es ist ein ganz normales Gas-Magazin. Es ist nicht kompatibel zu irgendwelchen anderen Gas-Magazinen, wie das halt so immer ist in der Airsoft-Szenerie. Um das Magazin mit Gas zu befüllen, habt ihr auf der Unterseite einmal klar euer Gas-Welf. Da ist auch nochmal ein Beretter-Logo mit drauf. Finde ich hier ganz schön umgesetzt. Bei den Glock-Magazinen, wer es kennt, müsst ihr immer die Bodenplatte entfernen oder ihr bohrt euch extra ein Loch rein. Hier ist es meines Erachtens nach Spielertauglicher. Was mir aber am besten gefällt bei diesem Magazin ist, dass ihr wie früher bei KWA bei den anderen Magazinen euren Follower unten festsetzen könnt. Das heißt, ihr zieht die Feder einmal runter und könnt diesen unten arretieren. Vorteil, das Beladen ist halt super einfach. Kleiner Nachteil, ihr müsst immer daran denken, den Follower am Ende wieder freizugeben. Ansonsten reicht es für ein, vielleicht auch zwei Schuss und dann werden keine Kugeln mehr nach oben gedrückt und die Nossel kann nichts mehr laden. Da halt so ein bisschen drauf achten, aber ansonsten finde ich das Feature gerade zum Beladen wirklich, wirklich genial. Kommen wir zu einem weiteren Feature oder kann man es Feature nennen, ich weiß es nicht genau. Ein Punkt, der bei der APX ganz cool ist. Die Waffe gibt es ab Werk in drei Ausführungen. Also drei Ausführungen ist eigentlich falsch, es ist immer dieselbe Ausführung, drei Farben. Die gibt es einmal so, wie ihr sie hier seht, in diesem OD-Tone. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist qualitativ oder optisch halt einfach mal was anderes als Standard-Schwarz. Gibt es natürlich auch und es gibt zusätzlich noch FDE. Also diese drei Farbvarianten stehen euch zur Verfügung, je nachdem. Du und 76% unserer Zuschauer haben noch nicht den Abo-Button gedrückt. Drücke jetzt den Abo-Button, sonst knallt es. Je nachdem, was sich dann mehr beliebt. Genau, Kostenpunkt. Ja, aktuell kostet die APX 199,90 Euro und ist damit etwas teurer als VfC-Glocks oder andere Modelle, die man mit der Waffe ganz gut vergleichen kann. Aber immer noch ein Stückchen günstiger, wie zum Beispiel eine P320. Muss man ein bisschen abwägen. Die Magazine sind, ich glaube, auch ein Stückchen günstiger als die Glock-Magazine. Die liegen so bei 50 Euro. Das ist auch nicht super günstig, gar keine Frage. Aber sie sind günstiger als die VfC-Glock-Magazine, die so bei 60 bis 70 Euro liegen. Nun ein Punkt, bevor wir zum Schießen und zum Chrono kommen, der mir und vor allem auch ein paar Usern im GGE aufgefallen ist. Die Pistole schießt sich ziemlich gut. Keine Frage. Sie hat eine tolle Reichweite. Sie hat eine tolle Präzision. Der Kick ist wirklich schön, gut. Man merkt auf jeden Fall, dass die Waffe ein bisschen arbeitet. Aber, jetzt kommt das große Aber. Auch wenn das Magazin draußen ist, läuft das System etwas hakelig. Und zwar, bis hierhin super smooth. Jetzt kommt die hakelige Stelle. Da muss man drüber kommen. Und danach läuft der Slide wieder ziemlich smooth. Also hier hakelig, drüber und hier läuft sie wieder smooth. Das hängt mit dem inneren Aufbau ein bisschen zusammen. Warum KWA hier das System so gebaut hat, wie es jetzt ist, sage ich jetzt mal, dass es so ein bisschen hakelig läuft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Finde ich aber recht schade. Denn dadurch wird die Gaseffizienz der Pistole unglaublich schlecht. Ihr müsst, also zumindest ist es jetzt bei den zwei Modellen, die ich da hatte, die Waffe wirklich einschießen. Die braucht ein paar hundert, wenn nicht gar tausend Schuss, damit die wirklich ein bisschen smoother läuft. Oder ihr nutzt gleich ab Werk relativ starkes Gas. Das werden wir auch in unserem Schusstest und in unserem Krono nutzen. Also wir nutzen hier Gas mit 150 PSI von Elite Force dürfte das sein. Also relativ starkes Gas. Damit läuft die Pistole aber verhältnismäßig gut. Solltet ihr auch keine absolut krassen Schusssalben hintereinander durchziehen, kommt ihr auch mit einer Gasladung deutlich über einem Magazin raus. Aber hier gibt es eben andere Pistolenhersteller, die das meines Erachtens nach doch schon deutlich besser machen. Vielleicht gibt es hier nochmal eine Nachbesserung. Genau, soviel erstmal dazu. Jetzt würde ich sagen, gehen wir raus auf die Shooting Range und machen den Schusstest und den Krono-Test. Wir schießen jetzt die KWA Bretta APX auf 15,30 Meter. Wir haben geladen 0,28 Gramm BBs von Elite Force und das normale Elite Force 150er Gas, also recht starkes Gas. Ja, falls ihr euch wundert, keine Optics Plate hinten drauf. Ja, leider Gottes ist mein Vortex leer, Batterie ist leer, also haben wir das Ganze runtergeschraubt, damit wir die Waffe ordentlich mit Kämmer und Korn schießen können. Gut, legen wir los. 15 Meter, Steel Target. Kein Problem, klar, 30 Meter Steel Target. Vorneweg hat es natürlich gerade einwandfrei funktioniert. Gut, Magazin ist leer. Wir machen nochmal ein paar BBs rein und schießen nochmal auf 30 Meter. Wir haben nochmal BBs aufgefüllt und nochmal neues Gas reingemacht und probieren es jetzt nochmal auf 30 Meter, ob wir jetzt ein bisschen zuverlässiger treffen. Magazin ist wieder leer, ihr habt es gesehen, wir haben jetzt deutlich zuverlässiger getroffen auf 30 Meter, also definitiv auch out of the box gut spielbar. Was auffällt, ihr müsst wirklich starkes Gas bei der Waffe verwenden, das habe ich auch im Review nochmal erwähnt. Die Waffe läuft halt nicht ganz so smooth, gerade an dieser Stelle. Mit starkem Gas läuft sie aber relativ vernünftig, genau. Kommen wir nun abschließend zum Fazit der Beretta APX aus dem Hause KWA. Was kann man zu dieser Pistole sagen? Ich persönlich muss sagen, mir gefällt sie sehr gut. Es ist mal was anderes, es ist keine 0815 Glock, die es schon tausendmal auf dem Markt gibt, sondern es ist halt einfach mal eine Beretta Pistole. Und ich finde es auch sehr schön, dass Umarex gesagt hat, wir arbeiten hier weiter mit KWA zusammen, auch wenn das System hier und da vielleicht kleine Schwächen hat. Grundsätzlich von der Schussleistung und der Performance kann man aber bei der Pistole nicht meckern. Und ihr bekommt hier für roundabout 200 Euro eigentlich keine wirklich schlechte Pistole, sondern eine, die halt ein bisschen besonders ist, sagen wir es mal so. Mir gefällt sie auf jeden Fall und die Beretta Fans unter euch sollten auf jeden Fall sich dieses wunderschöne Schmuckstück hier kaufen. Wo findet ihr die? Natürlich bei uns im Webshop, Link ist unten in der Videobeschreibung, also checkt das gerne mal aus. Ich würde mich natürlich noch sehr über ein Like, ein Abo und natürlich auch über einen Kommentar freuen. Und ich melde mich damit ab, bis zum nächsten Mal, euer Tom. Ciao.